es ist einfach irgendwie so zehn diamanten augen also nur drei oder alle der mehrere thema in welten hat er so gut geklappt wenn der direkt wenn der deckten kill bekommen dann aber wir haben schon ein bisschen bock darauf hatte okay dann gehe ich dahin dann gehe ich dahin und schweiß mal was und ich habe wer war das wie geht das mk bei mir so tanzen vielleicht da hat er die katze sich schon seinen zweiten port benutzt was ist das denn für einer steche auf mich drauf das ganze leben her sie kann sich nur aber ich habe unendlich viele leben wollte ich gerade sagen die doch eben schon so krass aufs maul bekommen ich glaube ich kann der attacke ja gar nicht ausweichen wenn ich einmal in reichweite war ich habe doch nur gut lag gewünscht hätte auch gut lag gewünscht hat es von jumi die attacke kevin oder ja dass du musst ein bisschen also die die hat ein großer wendekreis dann muss man einfach ein bisschen näher an die minions ja ich krieg's aber auch nicht ich trage das vermächtnis der besser nie in mir am besten lassen wir die ein bisschen herankommen sagste mit den minions ok den müsste ich auch playen können die natur hier ist zu ruhig ich komme gleich mit klein da kommt was sie ist gegen die wand gesprungen ich habe bei uns ich finde das so krass geht dass die so klein ist ich kann die kaum noch sehen oder ist es ein bug die geht auf die leute drauf also die steckt da so als gefühlt irgendwie so das ist nämlich dann so klein ich kann kaum noch was erkennen ja das ist einfach afk also die die bewegt sich dann mit deinem champ mit sozusagen also du musst einfach nichts machen sachen jetzt kriegt ihr dann noch keinen schaden irgendwie gefühlt kannst du nicht an hätten angriff 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 ich habe das war keine absicht ich war ganz weit weg das ist nicht da der geht der ist glaube ich der war lowlife wir kämpfen wir ficken den was wollen wir machen warte noch warte noch das ist wie wir kommen ja ja ich habe egal 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 weg 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 ach komm alter das hat ihn doch noch der hat zu spät okay der ist so gut wie da und ne der läuft noch der steht noch beim turm ne ich hab so ich will den nicht nicht spielen ich war eingehnted ich dachte dass ich äh noch ein bisschen warte für meine kürze gestorben aber aber hey der ist das da und wenn ich den krieg wenn du da oben bleibst du da oben bleibst bis ich von vorne kommt oder so wenn du es wenn du schaffst ich habe so habe ich die pflegt der toll gleich hat kein bock mehr glaube ich das ist der knoblauch ist ja immer noch da ist na da geht ja nicht weg der hat angst auf der pizza um drauf ich hab ehrlich gesagt auch ein bisschen angst warum menschen irgendwo ist noch jemand eine spinne vielleicht hat er davon ja da kommt ich weiß nie was top 1 abgeht ich bin irgendwie zusammen kann man gleich mittleren kommen da wollten sie mich jetzt holen aber weg bist du noch oben assisten dann hatte ich schon zurück dann kriegst du auch noch das habe ich überhaupt nichts alles gut was sie nicht dabei stand ich dachte ich kann wenigstens das war sehr gut ich habe durch dich gedacht okay jetzt gehe ich rein man doppelkin nämlich mit was doppelkin doppelkill natürlich ich bin eine unabhängige irgendwas hat sie gerade erzählt wo ja klar natürlich trifft mich das auch hier im busch man kann ich endlich hier mein outfit wechseln das war schlicht hat kaum schaden gemacht bei mir mein scheiß ja jetzt bin ich da und war ja klar was machen dankeschön gut job unten läuft ja gerade wo der reist das ding wieder allein dinge tun sachen machen so kennt man ihn nun wird nicht übermütig hat er hat sie gesagt ich kenne die ich kenne die die ganzen sprüche von ihr schon nein 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 Okay, ich hab sie noch. Scheiße, scheiße, scheiße. Gefährlichen Augen von Kevin. Man kennt sie. Film und Fernsehen. Stark gesagt. Achtung. Spinnelein. Oh, da ist ne Spinne. Eigentlich kriegt ihr die. Okay. Ne, 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 da sind alle. Also, alle drei. Oh, no. Was? Wenn ich tot bin, ist der Ball auf dem Rückweg nicht mehr aktiv? Ne. Ah, wie dumm. Das hatte ich auch schon oft müssen feststellen. Also, dass der Ball auf dem Rückweg nicht aktiv ist. Au. Au. Könnt ihr mal hier hoch sind? Au. Au. Ich muss zurück. Scheiße. Sind sie heute im Arsch. Ich auch. Ne, scheiße. Nein. Ich hab mein Stun in mir rausgekriegt. Ja. Er läuft mir auch nach. Ha. Nicht mehr ein Reichweiter. Muss ich natürlich zu teleportieren. Ich bin schon so weit hochgelaufen. Kann ich grad noch den ganzen Weg laufen. Ich heim mich mal. Tauschen wir? Bitte? Ne. Das krieg ich nicht hin. Okay. Okay. Ähm. Kommi. Oh, ich könnte mal nochmal Kürmiewurst essen gehen nach der Fahrt. Lecker. Dieser Ort erinnert mich an zu Hause. Ich geh mal unter jeden Fall. So. Ich hatte heute Abend, heute Abend hab ich leckere Spirelli Nudeln mit so einem geilen Wagen, Pesto und Blattspinat gemacht und dazu wird das Hellchenfleisch. Der reißt jetzt mit ein. Also das ist schon krass, ey. Der one-shottet mich halt jetzt. Können wir hochkommen. Ohne Sonja ist es schwierig gegen den. Geh mal da hin. Zu spät. Good job. Ey, ich kann schon wieder erkennen, es ist drin. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn doch mit meiner E getroffen. Hast du keinen bekommen? Ich hab auch nix getroffen. Doch, das. Das Safe-Assist bekommen. Ja. Doch, du hast einen drin. Oha. Da hab ich vorhin nicht geguckt, was da stand. Okay, jetzt kannst du mit Laine einreißen. Wir haben sechs von den Grafts. Wir haben sechs von den Grafts. Ja. Dicke Scheiße. Ich komme auch noch mit. Wer haben wir? Wir kriegen noch Platings. Ordentlich. Für Kevin könnte es grad ungefährlich werden. Ja, deswegen hab ich mich hier ein bisschen zurückgezogen. Oh oh. Ich bin, glaub ich, tot. Boah, ich hasse Zed wegen dieser. Kacke. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Besser als einer. Der muss mich einfach immer anspringen und ich bin tot. Du hast wirklich ein Glück. Das gibt's gar nicht mit seinem Leben. Das war doch kein Glück. Das war Berechnung. Alles berechnet, ja. Ich hab mich herum, die Elise eigentlich TP dabei hatte als Jungler, aber gut. Ja, klar. Ja, jetzt hab ich aber doch mal ein Dings grad, hä? Die kriegt echt, solange ihr bei dem draufsetzt, keinen Schaden, ey. Das ist so krass. Nee, die kannst du nicht anhitten. Musst du erst den töten. Echt wild, ey. Aber wenn sie dann, wenn der Anna gestorben ist, also sie kann auch nicht großartig was machen, ehrlich gesagt. Ja, das ist gestechen, ja. Wenn der dann nur gestorben ist, dann ist sie ziemlich am... Dann leben sie noch heute, wenn sie nicht gestorben ist, aber... Sie ist gestorben. Ah, spritzt hier das Blut weg. Naja. Das ist echt so ein Tricks-Champion. Hab Angst vor ihm. Ich hab wieder 3000 Gold, Alter. Ich muss in die Basis. Die Zentrale. Power Patrol Zentrale? Ha? Wie bitte? Power Patrol. Power Patrol. Die Helfer auf ihr Foten. Power Patrol. Wenn jemand Hilfe braucht, dann ist sie sofort bereit. Rider und die Felf-Runde helfen in Schwierigkeit. Martel, Rubble, Rocky, Chase, Zuma, Sky sind mit dabei. Power Patrol. Power Patrol. Die Helfer auf ihr Foten. Natürlich geh ich down. Ist ja halt geil, wenn meine Looks mich so ein bisschen unterstützen würde, aber will man gar nix machen. Ich will gar nix machen. Ich liebe es. Mies daneben, weil die in den scheiß Busch gesprungen sind. Ich liebe es. Es war sehr schön. Ah, lol macht einfach mit Leuten, auch wenn es nur mit einem ist, einfach viel mehr Spaß, wenn man einfach viel mehr Sachen machen kann. Also alleine würde ich das gar nicht spielen. Es macht auch alleine keinen Spaß. Also null. Ne. Alter, dieses komische Verfolgungsding, das sich auch grad getroffen hat. Sammy, das geht mir so auf den Sack, ne? Das hat irgendwie gefühlten Cooldown von 5 Sekunden, weil ich das dauernd in die Fresse krieg von denen. Die hat's auch permanent, ne? Ja, da musst du direkt sidesteppen und es trifft dich zu 100%. Ach, schwierig. Das verfolgt dich, ey. Also wenn du keinen Wasall in der Nähe hast, der das für dich abfängt, dann hast du Pech gehabt. Gefühle Cooldown, ja. Der Jax macht einfach sein Ding da oben. Der Zed denkt, den geht zu viel. Jetzt ist er oben. Jetzt. Ja, Zed macht nur. Ja, ich werd mal schnell drauf gehen, aber ihr kriegt den. Oh. Ich hab grad verkackt. Der Zed kommt, Achtung. Ich bin tot. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Das ist das. Das ist das. Jetzt ist er schon lang. Ich hab's umdrehen, mein Guter. Ich werde alles sehen. Hehehehe. Hehehehe. Wof. Warum soll er sich umdrehen? Was, ist er schon weg? Ich werde nicht übermütig. so stolz ich bin so stolz ich bin es cool wie sie das immer sagt nachdem sie gestorben ist jetzt nicht übermütig werden ich stehe ziemlich schlecht ich bin wohl übermütig geworden allerdings wir können noch nicht viel weiter rein wenn du den wenn du den catchen könntest alles ins gesicht auch da muss ich flächen ich muss weg es hat erstaunlich wenig schaden macht er doch keine stacks wenn der stirbt gehen sechs weg oder anteilig glaube ich also muss man schon so ein bisschen arroganz wenn man drehen spielt ja wenn das text hat ist der unsterblich also zumindest nicht der mensch sicher sind dass man einfach liefert mit dem der jacks der jacks macht da oben einfach alle lang ich bin da ich habe in sechs sekunden und das ist blöd ich nicht gedacht dieses jumi schild ist das so schlimm wie die jahreszeiten ich bin tot Alter. Oh, Jax macht ihn lang. Deswegen hasse ich Draven. Leak of Draven. Ein Scheisspinner. Kann man das sein. Stimmt auf Deutsch heißt das ja. Kati. Good job. Keine Chance mehr gegen mich, du Loser. Wir haben die Wampe zum Einsatz. Ich mag den Style von Kragas. Der kämpft einfach mit seinem Bauch. Ja. Aber gegen den zu spielen macht gar keinen Spaß. Das ist so eine schlimme Sache. Ich mag im Jungle eigentlich am liebsten, wenn ich selber spiele Nocturne. Ja der ist cool. Funktioniert bei mir so ein bisschen am besten. Ich muss weg. Ich glaube er tötet mich. Einfach raus. 042. 042. Können Drachen machen. Ja. Schon noch die Steinchen mit. Die Alice macht irgendwie ihren Channel nett. Aber die könnten jetzt. Barren machen. Wenn sie den Gigs gemacht haben. Okay. Okay. Jetzt hat ihr nichts mitgenommen. Ne, bleibt nur ein Dragon. Geh kurz voran. Ich hätte nie gedacht. Und dass die doofen Ideen kommen. Ja. Ja. Ja klar. Ich brauche Hilfe in der Mitte. Außengebüsch. Innen mein Gesicht. Nackig. Hm. So war es. Ich habe einen Herald. Ich setze den mal unten in die Lane. Mit Länen können wir nicht so viel machen, glaube ich. Oh oh. Spinne. Ich hoffe wir haben hier kein Wort drin. Ja. Ge-cute. Ich schmeiße. Ich schmeiße nicht einfach nur noch auf den drauf. Wenn er da ist. Ja. 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 der turm mehr und sagt geht weil du ich habe den champion angegriffen und waren reichweiter dann geht aus mich genau ich dachte nur ich bin doch schon wieder aus turmreichweite aber da hat er gut reagiert ich bin dran ja auch sehr gut ich bin der nächste ich bin der nächste ne doch nicht ne doch nicht danke Philippos so naiv dass ich keinen Sonja gekauft habe das ist auch das nächste was ich jetzt geholt habe der macht dich lang, hör auf Hilfe jetzt macht er den aber ordentlich da ich hab jetzt Sonja Slayer, jetzt kriege ich zumindest mal keinen instant death mehr ja stimmt auch so da geh ich mal auf wir können eigentlich baron machen wenn ich am leben bin ich bin so wild wie dieser wald ich geh mal kurz den set abfangen mhm das ist ein banschies oh ne hat er gar nicht ich werde nur vergessen was bedeutet ein leben zu nehmen nicht mehr mit mir freundchen nicht mehr mit mir freundchen ja ja Jax spielt sehr gut mit also ja Jax spielt sehr gut mit also das ist bescheid einfach anstatt die Erinnerung anderer zu nehmen sammle ich freue mich für mich selbst so jetzt sind die richtig am Arsch so jetzt sind die richtig am Arsch wow der hat doch nicht damage gemacht gerade der baron ich könnte vielleicht sterben hier gut geholt zurück 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 zum fight nein haben wir ich muss mich kurz verpassen äh die spinne habe ich noch mal oh kevin komm zu mir oh leu hätte ich nicht gedacht dass der mich noch down kriegt ja der hat super viele stricks aber er war doch so schwach der hat sich gehealt aber er war doch so schwach erinnert mich an meine Kindheit an meine Zeit mit den Eiswürfen ich frage mich echt wem und wie das die Idee für dieses Spiel hier im Kopf gewachsen ist aus Dota das eine geklaut die Idee Kevin ja oder dann halt für Dota wem ist auf die Idee gekommen ah ja wir haben so ne Map und es gibt drei Hauptwege und da laufen so Minions und die haben Kirme und dann tun da irgendwelche komischen Helden die denken wir uns alle noch aus gegenüber kämpfen irgendjemand muss halt bekimpft aufgewacht sein und gedacht haben das geil ich mach ja nicht dass es nicht geil ist manchmal kotzt es auch ganz schön an aber ihr wisst euch meine ich muss erst mal auf diese Idee kommen lauft Leute tut die schön zusammen ich dachte ach äh ich hab geultet äh 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 ich hab nicht so viel damage gemacht aber ne es war das fast ganz verzweifelt ihr Ding nur beschützt gg boah sehr gutes auch sehr gutes Game ja man kann einfach ne mehr ohne Filippo spielen das geht hehehe ja ja